Mein Name ist Wolfgang Huste, ich bin der Sprecher der Partei Die Linke Kreisverband Ahrweiler. Ich bin heute zum fünften Mal hier. Ich bin der Meinung, links sein und antifaschist sein ist eine Einheit. Es geht nicht, dass man sich Sozialist nennt und nicht vehement gegen den aufkommenden und bestehenden Faschismus auftritt. Und es ist Tradition in Rehmagen, dass alle fortschrittlichen Kräfte, auch fortschrittliches Bürgertum hier sich versammelt, um ein Zeichen zu setzen gegen die weitere Rechtsentwicklung, die wir ja nicht nur in Rehmagen haben, noch nicht mal auf der nationalen Ebene, sondern supranationalen. In ganz Europa haben wir einen Rechtsdruck und das muss von uns allen gestoppt werden, bevor es wieder zu spät ist. Wir müssen jetzt das Flämmchen löschen, bevor es zu einem Flächenbrand kommt. Wir müssen jetzt das Flächen, bevor es zu einem Flächenbrand kommt. Wir müssen jetzt ganz